Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti. Ist die Kamera schief? Oder bin ich das? Und heute nehme ich euch nochmal mit zu einem letzten Workout. Ich werde ein bisschen wieder dabei quatschen, ein bisschen was über das Workout erzählen, aber auch ein bisschen was, warum es jetzt das letzte erstmal ist. Obwohl es wahrscheinlich auch auf dem Kanal nicht das letzte sein wird. Ich bin jetzt im Mai sehr viel wieder auf Reisen und jetzt habe ich über zwei Monate hier kontinuierlich Krafttraining machen können. Und bin auch wieder ganz gut in Fleisch reingekommen und habe ganz gut was zugelegt. Das ist bei mir nie viel, das sind ein paar Kilo, vor allem wenn ich gerade von der Reise komme, dann geht es erstmal natürlich nach oben, Wasser kommt wieder rein. Und dann tut sich eigentlich nicht mehr viel, ist nach einem, anderthalb Wochen, tatsächlich dauert es nie länger, wieder die vier Kilo, fünf Kilo Wasser drin. Dann sind das so von, ich bin gerade untrainiert für meine Verhältnisse, seit zwei Monaten nicht trainiert, bis hin zu, ich habe drei Monate trainiert und bin sehr, sehr am Eisen, sind das oft nur so eineinhalb, zwei Kilo Unterschied. Aber man sieht es, da kommt Form rein und sowas, ihr kennt das. Ja, und jetzt mache ich noch ein Rückentraining. Danach muss ich sagen, diesmal ist es nicht so wie sonst auf Reisen, wo ich nichts machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch auch ein bisschen mitnehmen kann. Ich werde in der Türkei ein bisschen trainieren und ich würde auch zwischendurch dann in Tansania versuchen zu trainieren, in so einer guten Eisenschmiede. Mal sehen, ob ich es wirklich schaffe, euch da mitzunehmen und davon was zu zeigen. Jetzt also erstmal ein Rückentraining. Und ich fange jetzt direkt an mit der ersten Übung. Und dazu habe ich schon einmal etwas gesagt beim Rückentraining. Damit fange ich ganz gerne an. Rudern, gut was für den inneren Rücken auch. Vor allem für den Schultergürtelanteil. Die Ellbogen schön oben lassen. Und ich gehe fließend von Aufwärmen in das Training rein. Das heißt, ich fange jetzt mit einem Gewicht an, mit dem ich 15 bis 20 Wiederholungen hinbekomme. Kriege richtig gut Blut rein. Gutes Gefühl in den Zielmuskel. Und dann steigere ich das Gewicht kontinuierlich. Dass ich dann vielleicht nur noch 12 Wiederholungen mache. 10 Wiederholungen und so weiter. Und dann komme ich schon so ziemlich ans Ende. Die ersten ein, zwei Sätze werden noch nicht bis zum allerletzten Muskelversagen vielleicht sein. Aber danach die nächsten vier schon. Das heißt, jetzt gibt es sechs, sieben Sätze. Und wie gesagt, fließend von Aufwärmen rein. Hier mal nicht Pyramide, umgekehrte, wie ich sonst trainiere. Also mit dem hohen Gewicht voran. Weil ich eben jetzt fließend von Aufwärmen reingehe. Danach aber gibt es wieder umgekehrtes Pyramidentraining. Vor allem, weil ich das wahrscheinlich auf den Reisen nicht machen kann. Ihr kennt das, Fitnessstudios von Hotels und dergleichen. Da hat man nicht immer die gleichen Möglichkeiten. Heißt, ich kann nicht hochgehen mit dem Gewicht, mit dem ich nur sechs Wiederholungen schaffe. Sondern muss sogar darauf setzen, mich vorher auszupowern. Mit zehn Wiederholungen, zwölf Wiederholungen und so weiter. Und muss wahrscheinlich zwangsläufig auf mehr Wiederholungen gehen. Aber Hauptsache, man bleibt fit. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh Oh Immer genug zu trinken dabei haben Stay high So, der letzte Satz Habt ihr gesehen, hab ich nochmal ein bisschen was Intensives reingebracht Ich würde es jetzt nicht ganz als Supersatz bezeichnen Weil ich musste die Gewichte zwischendurch wegräumen Pro Seite Und das ist ein bisschen zu viel Was dazwischen vergangen ist Es waren sicherlich immer so 20 bis 30 Sekunden Das ist kein Supersatz mehr Aber gut, trotzdem ausgepowert Wenig Erholungszeit, nochmal was hinterhergejagt Passte perfekt von den Wiederholungszahlen Zum Schluss nochmal richtig schwer gewesen Und jetzt geht's mit Dem Latzzug weiter Und es kommt jetzt der Moment Wo ich mein T-Shirt ausziehe Mal sehen, was wir da Gezaubert haben in den letzten zweieinhalb Monaten Obwohl ihr es eh schon gesehen habt So, und mit dieser Version Starte ich jetzt mehr in so ein Fitness-Ding Wie gesagt, jetzt bin ich auf Im Urlaub und auf Reisen Aber im Gegensatz zu den privaten Reisen Die ich sonst immer gemacht habe Den Adventures-Reisen Wo ich euch auch immer predige Nehmt euch mal eine Auszeit Macht nichts Ihr müsst keinen Urlaub einberechnen Wo ist ein Fitnessstudio? Das wird jetzt bei mir automatisch der Fall sein Eigentlich bin ich nur in einem anderen Land Mach aber hier meine Routine weiter Mit dem Training Und da bin ich auch froh drum Heißt, ich gehe dann nur Entsprechend Hotel-Fitnessstudio Mehr auf Fitness Man macht mehr Körperübungen Man macht mehr Wiederholungen Und es ist in Ordnung Weil dann kommt mal ein Break rein Wir haben schon über die Verwirrung gesprochen Das passiert jetzt automatisch im Urlaub Das ist in Ordnung Und danach kann ich mal wieder an die Gewichte gehen Mal sehen, was Im Juni dann noch Übrig ist Oder sogar besser aussieht Von der jetzigen Form So, ich mache es mit einem Klassiker Warum? Weil ich einfach Bock drauf habe Davon gibt es so viele Varianten Natürlich könnt ihr das mit zwei Einzelgriffen machen Die dann noch ein bisschen weiter unten auseinander gehen Ihr habt recht moderne Griffe Ich zeige euch mal die ganzen Griffvarianten Die wir hier haben mit 5 Star So, ihr seht, wir haben hier einen ganzen Griffelitom Ihr habt natürlich solche Griffe Echt coole Griffe Breitere Griffe Hier das Ganze in Breit nochmal Auch Hammer Alles gemacht in den letzten Wochen Und natürlich habt ihr den Klassiker hier Die Stange Warum nehme ich jetzt den? Wie gesagt, weil ich einfach Bock habe Grundsätzlich würde ich auch sagen Trefft ihr euren Muskel Gibt es keinen besser und schlechter Das ist auch wieder sehr individuell Lasst euch von keinem einreden Ach nee, es geht nur um Breit Denn dann kommt man besser mit den Ellbogen runter oder so Ich muss sagen Ich habe schon immer sehr viel gespürt in der Variante Hab mir aber auch Mühe drum gegeben Ihr müsst die Connection aufbauen Und dann gibt es keinen großartig Definitiv besser Das Schöne ist nur an den ganzen Varianten Die sind jetzt nicht unnötig deswegen Dass ihr eben die Chance habt, euren Griff zu finden Aber mit dem komme ich super zurecht Macht echt Spaß Und den Klassiker nehme ich jetzt mal wieder Next Weight Ich will ja mal aufpassen Ich kann mal ein Display kaputt machen Wenn wir nicht aufpassen 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Da ich gerade 8 oder 9 geschafft habe, mache ich jetzt nochmal das gleiche Gewicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, ich bin schon beim Intra, sogar ein guter Drittel schon weg. Hatte heute einen schlechten Carpload. Schon so ein bisschen auf Urlaub eingestimmt. Ich werde jetzt Rudern machen, am Kabel, auch klassisch, schnapp mir direkt den Griff, den ich gerade hatte und wisst ihr warum? Weil ich Bock drauf habe. So, auch darin gutes Gefühl, ja. Es gibt viele Videos von Leuten da draußen, die sagen, nehmt nicht den Enggriff. Ihr kommt nicht so richtig gut in die Spitzenkontraktion des Rückens rein, wenn man hier vorne bleibt. Und ja, ich würde eine Teilzustimmung geben zu 36,4%, vielleicht 0,6. Denn wenn man es als Anfänger so lernt, bleibt man tendenziell weiter hier vorne. Hat man einmal gelernt, seinen Rücken zu aktivieren, funktioniert das mit dem Griff genauso gut wie mit jedem anderen auch. Weil ihr den Rücken aktivieren könnt. Wie schaffen es sonst, und ich weiß, manche von euch mögen die Vergleiche nicht, dennoch, ob enhanced, enhanced, weil Steroide oder nicht. Es geht ja darum, wie man die Muskeln trifft. Und wenn die lernen, den Muskel optimal zu treffen, dann können wir das ganz genauso. Also die Bewegung können wir uns abgucken, weil Steroide ändern, nicht euer Skelett, eure Bewegung oder wie ihr den Muskel aktiviert. Insofern, ja, die Großen, Ronnie Coleman und Co. hatten immer den kleinen Griff und hatten dieses T-Baudern. Man sieht von außen gar nicht, dass sie den Rücken aktivieren, aber nicht umsonst machen sie die Übung und haben einen großartigen Rücken. Also, natürlich gehen wir nicht nur danach, aber ich kann euch sagen, ich spüre gewaltig was da drin. Und es hängt einfach nur daran, dass ihr von den Schultern vorne, und da habt ihr tatsächlich einen besseren Stretch. Denn wenn ihr eng greift, das ist wiederum das Tolle, habt ihr vorne einen besseren Stretch in dem Rücken bis nach hinten. Und dann müsst ihr sie einfach noch aktiv nach hinten ziehen. Weil schaut mal, ob ich meine Hände jetzt so habe und die Ellbogen nach hinten ziehe. Oder so habe. Aber ich komme trotzdem nicht weiter nach hinten. Das ist ganz egal. Insofern habt ihr es einmal drauf. Nehmt ruhig die Übung und lasst euch nicht erzählen. Das bringt es nicht. So, ich versuche mal eine Max-Weight-Runde. Und mit reißen geht es irgendwie. Irgendwie. Aber gut, jetzt gehen wir wieder runter. Und dann kommt auch ein bisschen mehr akkurate Bewegung rein. Huh, tut trotzdem gut. So, Achtung, meine absolute Lieblings-Pose. Mal sehen, ob ich ankomme. So, Achtung, meine absolute Lieblings-Pose. So, Achtung, meine committing. So, Achtung, meineторы. So, Achtung! So, Achtung! So, Achtung! So, Achtung, Are Someone! So, Achtung! Ich bin bei der letzten richtigen Übung angelangt, richtig deshalb, weil ich so etwas, so eine Auspowerübung wie Shrugs für den Nacken nicht unbedingt dazu zähle. Obwohl ich auch hier es ernst mache, ins Schwitzen komme, bis zum Letzten gehe. Keine Ahnung, warum es in meinem Kopf so nicht als richtige Übung ist. Kleiner Bewegungsradius, Auspowern, wächst der Nacken noch mehr. Keine Ahnung, naja. Jetzt eine Komboübung, noch ein paar Supersätze. Sehr schön, nochmal eine Komboübung, die auch sehr stark auf den hinteren Delta geht. Ich hätte nämlich diese Rudermaschine machen, die ist geführt, deswegen hat man es jetzt nicht mehr ganz so krass wie gerade. Wir hatten schon zwei Rudermaschinen, die zwar auch eins am Seil weniger geführt, die andere mehr geführt, aber die schon ein bisschen anstrengender waren. Jetzt hiermit ebenfalls Start mit 6, 7, 8 Wiederholungen. Wenn mal jemand fragt, wer ist denn eigentlich dieser Gotti? Das ist der, der so spät noch Nachrichten bekommt. 2.36 Uhr. Und dann anschließend geht es zum Reverse Butterfly. Heißt, bei der Übung, vor allem wenn ihr sie so einstellt, dass ihr relativ weit oben mit den Ellbogen seid, als auch bei der Reverse Butterfly erst recht, geht es sehr stark auf den hinteren Delta. Der kriegt eine ganze Menge ab. Hier auch noch ein bisschen alles in, beim Reverse Butterfly auch. Ja, nochmal der Schultergürtel richtig. Und dann eigentlich nur noch Shrugs. Wenn ihr wollt, ein bisschen baden und duschen. Ja, nochmal der Schultergürtel. Ja, nochmal der Schultergürtel. Das war's. Das war's. So, ihr seht es bereits hinter mir. Die Maschine, um die sicherlich auch einige mich beneiden werden hier im Fitnessstudio. Oder die hier im Fitnessstudio steht. Damit kann man so einiges machen. Ich benutze sie ganz gerne für Shrugs. Man kann sich noch besser auf die Bewegung konzentrieren. Und kann sich ein bisschen reinlehnen. Das geht natürlich mit Kurzhanteln nicht. Ich habe das jetzt mit, deswegen auch wirklich viel Gewicht bestückt, mit 45 Kilo pro Seite. Die nehme ich natürlich, obwohl bei den Kurzhanteln nehme ich sie auch mittlerweile. Und was ich seit über einem Jahr erst mache und entdeckt habe, ist mit den Beinen noch nachhelfen und die Negative dann mehr kommen lassen. Für die Schwachs. Was ich jetzt hier mache, ist grob ein 50er Satz. Kennt ihr? Ich versuche 50 Wiederholungen so relativ schnell wie möglich zu schaffen damit. Natürlich wird es im ersten Durchgang nur 12, 13, 14, 15 sein und deswegen entsprechend hart. Kurze Pausen lassen, weitermachen bis man 50 erreicht hat. Das ist ein guter Nackenauspowersatz. Und dann ist auch gut hier. Dann ist Ruhe im Puff. So, ihr seht, mit den Beinen kann ich ein bisschen weiter nach vorne gehen und mich dann etwas mehr reinlehnen. 20, aber davon 7, 8 mit Witten. So, ihr seht, mit den Beinen. Äh. So, ihr seht, mit dem Beinen. Tatsächlich, jetzt nur drei Sätze gebraucht und das war's. So, still pumped, am Ende angelangt und jetzt geht's unter die Dusche. Ich hoffe, solche Trainingseinheiten gefallen euch noch. Es sind immer wieder verschiedene, davon gibt's schon eine ganze Menge auf dem Kanal. Schaut gerne mal nach, entweder zum Nachtrainieren oder vielleicht ergeben sich Fragen, wieso hast du die Übung so gemacht und wieso die so oder das hast du falsch gemacht oder was auch immer. Kommentiert gerne fleißig. Das ist das Schöne an solchen Videos, die bieten einen Anlass dafür, dass man einfach viele Fragen stellt, sich das mal genau anschaut und dann guckt, was man davon hält. Ansonsten schaut euch auch gerne die anderen Videos an, wenn ihr sowas mögt. Ein Like ist schon ein Support. Ansonsten abonniert den Kanal und schaut euch, wie gesagt, die anderen Videos an. Da gibt's noch eine ganze Menge zu sehen. Schaut mal bei Protein-Arena vorbei. Dazu gibt's bald auch neue Videos. Denn da bekommt ihr 15%, natürlich weniger, nicht mehr, auf eure Bestellung und da gibt's alles Mögliche. Die haben noch, vielleicht bald, kein eigenes Supplement auf dem Markt, aber so viele Vertretung und das zu guten Preisen. Also schaut mal rein und naja, wir sehen uns. Hoffentlich sogar mal aus ein paar anderen Ländern. Bis dahin, macht's gut, Euer Gotti. Auch auf einen neuen Topf! Untertitelung. BR 2018